Hallo meine Mäuse! Schön, dass ihr da seid! Herzlich Willkommen zurück und für alle neuen, die meinen Kanal gefunden haben, habe ich natürlich auch herzlich willkommen. Ich bin die Tanja und das ist mein Kanal Tanja's Kolofol World. So wie ihr sehen könnt, habe ich mir meine Haare frisch gewaschen. Sozusagen ich war duschen. Dusche war ich. Und heute, heute probieren wir, heute probieren wir diese tolle Haarmaske aus. Mit dieser Haube. Und ich dachte mir, wir werden auch direkt mal eine Maske austesten. Und zwar eine Maske von Action. Und zwar so eine Bubble-Maske. Ich denke mal, wir fangen einfach mal an und schauen, wie diese zwei Produkte sich so machen, wie es überhaupt aussieht. Und ja, ich denke mal, wir fangen einfach mal an und dann werden wir uns die Sache genauer angucken. So, wie gesagt, bereits ich war duschen, habe mir meine Haare gewaschen. Und wir testen heute mal diese Haarmaske mit diesem Häubchen, was hier drin ist. Ich habe, ich muss, ich muss, ich muss sagen, ich habe so ein Produkt noch nie ausprobiert. Egal in welche Richtung. Klar, normale Haarmasken, aber nicht mit so einem Häubchen. Ich denke mal, wir fangen mit der Haube an und widmen uns dann gleich dieser Maske. Auf jeden Fall, ich werde mal den Preis raussuchen. Ich weiß nicht, ob man die noch bekommt. Ich werde euch mal einen Link raussuchen und werde euch auf jeden Fall unten in der Beschreibung, werde ich euch den Link reinpacken, wenn ich was finden sollte. Ob man die noch bekommt, denke ich mal schon. So eine lustige Maske wird man bestimmt noch bekommen. Es ist zwar eine Spezial Edition, aber ich denke mal, sowas wird man in der Richtung bestimmt bekommen. Ja, wir fangen jetzt an. So, schauen wir mal, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist das hier so ein Häubchen und so eine Maske. Jetzt müssen wir erst gucken, wie wir das Häubchen hier rausbekommen. Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, mal gucken. Äh, wasche deine Haare und trockne diese mit einem Handtuch an. Verteile die Haarmaske mit deinen Tatzen von den Längen bis in den Spitzen. Setze die Haube auf und halte 30 Minuten weit Winter, Winterschlaf, 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 auswaschen und dann soll ich die Welt erobern können. Ja, schauen wir mal. Äh, vorsichtig, vorsichtig. Wäre schön, wenn man diese Maske, äh, diese Haube öfters benutzen könnte. Oh, ja doch, die kann man öfters benutzen. Die ist nämlich auch so ein Lynthetik-Teil, äh, Stoff. Das finde ich gut, das finde ich lustig. Das finde ich toll, dass das kein Wegwerf, äh, Wegwerf, äh, Produkt ist. Leute, Leute, das wird vielleicht so gescheuert aussehen, aber ist egal. Egal. Schaut mal. Ist das nicht bekloppt? Das ist so bekloppt, dass das schon wieder geil ist. Hm. Äh, ja. Ich muss mal gucken, ähm, was hier steht, was die Maske kann. Ne, 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 ne. Französisch können wir nicht. Spannisch auch nicht. Russisch auch nicht. Polnisch auch nicht. Ukrainisch auch nicht. Warnhinweis. Okay. ich kann euch nicht sagen was die maske bringen soll ja keine ahnung leute das kann ich euch nicht sagen es steht hier drauf so ich mache erst mal das teil hier ab das ist auch von action gewesen für die zwecke erfüllt hat auf jeden fall seinen dienst ja so kann mich das noch mal deutlich ich bin immer noch nicht dazu gekommen meine haare fertig zu färben das sind ja doch noch paar rote stellen aber alleine habe ich keine chance da muss echt noch mal meine schwester oder so kommen und mir helfen der ansatz was er schon wieder gewachsen ist ich habe so ein haar wuchs guck mal wie schnell das schon wieder nachgewachsen ist haben wir alle dicht muss meine arme hochkrampeln hier leute leute ich habe so zugenommen ich fühle mich wie eine eine fleischwurst in pelle ja so schau mal bitte mit dem öffnen haben die blöd gemacht so wie machen wir das jetzt die 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 das machen die 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 Oh, oh, kalt! Riechen tut es nicht schlecht. Riechen tut es nicht schlecht. Moment. Ich glaube, für so lange Haare ist das, glaube ich, zu wenig. Aber wir haben hier noch was drin. Schau mal, schau mal, schau mal. Oh, da reicht das doch. Ach doch, wir haben hier noch drin. In die Spitzen, in die Spitzen. In die Spitzen. So, ich denke mal, jetzt ist das leer. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Bin sofort wieder bei euch. Glaub ich. Ich mach das, glaube ich, eben auf Kamera. Auf Kamera. Auf Kamera, oder? Ach Quatsch, komm. Oh, ist das süß? Hier ist sogar ein süßes, so ein Dingsdach da. Ich finde das ja süß, wenn das so ist alles. Oh, mein Gott. 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 So, mal gucken. Oh, Herr Wett. Sieht nicht bescheuert aus, aber der ist geil! Wie sieht mich keiner! So, wir haben die geile Haube auf, habe ich alles drin? Ja, so weit ist es schon, diese Dinger muss ich sowieso abschneiden, oh, das ist das Teil. Okay, jetzt machen wir einfach meine Hände was sauber. Ja, Leute, ich werde jetzt gleich so auf den Balkon gehen. So auf dem Balkon und ich hoffe nicht, dass meine Nachbarn von der anderen Seite, die sitzen nämlich alle draußen und mich sehen. Aber eigentlich ist mir das auch egal, oder? Nein, es ist mir nicht egal. Egal. Ah, Juni. Ah, ich habe einen Stehen auf der Birne. Ja, so, die muss ich auf jeden Fall zur Seite packen. So, jetzt machen wir mit dieser Maske. Gesichtsmaske. Auf jeden Fall ist es eine Cleansing-Maske, die sollen bubbeln. Ich habe noch nie eine Buhlmaske auf da. Ich muss gestehen, ich habe so viele Masken, aber ich benutze das nicht. Ich bin irgendwie zu faul. Ich nehme mir dafür in die Zeit. Auf jeden Fall 10-15 Minuten. Irgendwann habe ich die bei Action gekauft. Die war, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wenn ich den Preis raussuche und euch nochmal einblenden. Okay, wir haben die echt tolle Masken bei Action. Muss ich echt sagen. Äh, ja, holländisch. Äh, französisch, deutsch. Schäumende Gesichtsmaske. Sobald die Maske mit der Haut in Kontakt kommt, beginnt sie sich zu schäumen. Achtung! Nicht auf gereizte oder geschädigte Haut verwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen mit Wasser ausspülen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ja. Mehr steht hier auch nicht drauf. Auf jeden Fall soll das eine Cleansing-Maske sein. Mit Kohle. So. Okay. Okay. Hm. Können wir mal gucken. Äh. Es wird wieder kalt. Es wird wieder kalt. Das war eine schwarze Maske. Äh. Warum? Warum muss ich mir das antun? Warum? Warum müssen Frauen sich das überhaupt antun? Warum? Das ist schon ganz schön glitchy auf jeden Fall. Äh. Ich kriege ja immer zu viel, wenn es zu kalt ist. Äh. Hilfe. Uah. 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 Mhh. Ich könnte mir die hier drunter packen. Ne. Uah. 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 Also nicht jeder kann hässlich so wie ich, glaube ich. Es ist gut. Uah. 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 Also, das ist eine schöne feste Maske, die ist nicht so dünn, die lässt sich schön rucki zucki auf der Haut, auf dem Gesicht verteilen, muss ich sagen. Doch, das gefällt mir gut. Oh, hier unten fängt das sogar an zu blubbern an. Okay. Doch, wirklich reichhaltig ist diese Maske. Ist echt gut Produkt drauf, wirklich gut Produkt. Schaut mal, was sich das jetzt so schäumt. Mit richtig fester Schaum, richtig fester Schaum wird das. Doch, das bin ich echt von begeistert. Und wenn die echt noch gut ist, also die fühlt sich wirklich reichhaltig an, muss ich echt sagen. Muss mich nochmal bücken. Wo habe ich das denn? So. Doch. Ich denke mal, wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Und, ähm, ja, bis gleich. Die halbe Stunde, die, so, die halbe Stunde ist um. Machen wir erst mal schon mal die Maske ab. Also, die war angenehm, muss ich sagen. War auch sehr reichhaltig. Und, ja, äh, auf jeden Fall ist da immer noch gut, gut Produkt drin. Wie gesagt, der Schaum lässt jetzt auch nach, ne. Wie gesagt, ich muss sagen, die war echt gut. Die hat sich auch gut angepasst. Keine Probleme mit gehabt. Ich konnte damit schön rumlaufen. Ne, das war, das war, das war okay. Muss ich echt sagen. Für eine Action-Maske, super. Wir haben die jetzt auch, wie gesagt, ich habe die jetzt etwas länger drauf gehabt. Ähm, ja. Wie gesagt, ich wasche das jetzt mal eben alles ab. Das Gesicht ein bisschen sauber machen. Ich weiß gar nicht. Hier steht leider nicht drauf, ähm, ob man das abwaschen muss. Aber ich denke mal, ja, doch, muss man abwaschen. Da ist ein Bildchen drauf. Ähm, ja. Ich wasche die ganze Geschichte eben ab. Und werde meine Haare trocken füllen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann werde ich auch noch was zu der Maske sagen. Ich habe nämlich gerade noch was, äh, äh, rausgesucht. Weil das ja auf der Maske nicht drauf stand. Was da so alles so Inhaltsstoffe drin sind. Und was sie machen soll. Und was die Maske kostet. Werde ich euch gleich sagen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So. Ich denke mal, das reicht so. Ich habe die jetzt nicht komplett trocken gefüllt. Die können auch ein bisschen Luft trocknen auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich muss sagen. Es fühlt sich total babyweich an das Haar. Ich bin total zufrieden, wirklich. Die fühlen sich so gepflegt an die Haare. Wirklich, die sind wie Butter. Wie Butter geht das alles auseinander. Und, ja, doch, doch. Das ist so weich und so zart alles. Doch. Wie gesagt, ähm, die Maske, ähm, ja, die hat Maske hier. Die Haarmaske. Ähm, Käppchen. Wie auch immer. Kann man wieder verwerten. Ich schau mal. Ist 40 Grad waschbar auf jeden Fall. Klar, bügeln kann man es nicht, ne. Trocknen brauchen wir trocken. Trocknen auch nicht. Würde ich nicht empfehlen. Ist klar, es milzt sofort, ne. Ist ja, ähm, Polyester. Und, äh, ja. 98% Polyester auf jeden Fall. Ähm, 40 Grad waschbar. Aber, ich denke, mit der Hand durchwaschen, umdrehen, auf links drehen. Und das reicht da, ne. Luft trocknen. Auf jeden Fall ist das eine süße Sache. Wie gesagt, ist wieder verwertbar. So, die ganze Geschichte, die ganze Geschichte von dieser Maske kostet 6,95 Euro. Wir dürfen nicht vergessen, es war ein stolzer Preis für den Anfang, wir dürfen nicht vergessen, wir haben, ähm, die Haarmaske da voll, äh, dieses Käppchen da, ne. Auf jeden Fall, ich wollte euch nochmal sagen, weil das so nicht lesbar war auf dem Produkt, auf der Maske, auf jeden Fall kostet sie 6,95 Euro, ist bei DM erhältlich. Ich werde euch den Link, werde ich euch auf jeden Fall, werde ich euch unten reinpacken. Äh, die Haarmaske und die Haube Flamingo von Bare Fruits bringt neuen Schwung in ihrer Haarflierroutine. Sie verwöhnt das Haar mit näheren Arganöl, sowie fliegen Aloe Vera und wird ihnen dank dem einzigartigen Masken-Design ein Schmulzen ins Gesicht zaubern. Die liebevoll gestaltende Verpackung und die amusante Anleitung Ratit garantieren einen ganz besonderen Wohlfunkmoment. Typ Spülung, Wirkung Feuchtigkeitsspendung glätternd, Inhaltsstoffe Marokkanisch, also Marokkan, mein Gott, Marokkanisches Arganöl und Spezialspülung Maske. Na, so ist das hier beschrieben. Die Rheonanzen, die Rheonanzen, die Rheonanzen, äh, schon wieder so ein Wort, hat, äh, ist 4,7 auf jeden Fall, äh, bei Google, ne? So, zu dem Thema, also, wie gesagt, 6,95 Euro ist ein stolzer Preis, aber, doch, alleine die lustige, die lustige Hammers, äh, Haube, finde ich total super. Doch, ist der Spaß wert. Und die kann man auch wieder immer wieder benutzen. Ist ja nicht so, dass das ein Wegwerfteil ist. Ja, und die Maske, die, die von Action, muss ich sagen, doch, war gut, war angenehm, muss ich sagen, äh, hat gut gehalten, war ein guter Zellstoff auf jeden Fall auf der Haut. Und, und, doch, fühlt sich total, auch weich angepflegt. Wie gesagt, das ist ja eine Reinigungsmaske gewesen. Mehr kann ich euch auch nicht dazu sagen, weil da steht nicht mehr drauf auf der Maske. Auf jeden Fall war die mit Holzkohle. Doch, fühlt sich gut an. Doch, ich bin zufrieden, muss ich echt sagen. So, das war's schon. Das war unser, unser, unser Flamingo-Masken-Test. Und mal eine Maske ausprobiert von Action. Wie gesagt, diese Bodenmaske. Ja, das war's jetzt, meine Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mir wünschen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und, wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen möchtet, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Und vergesst nicht, das Glöckchen zu rücken, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst, was mindestens zweimal die Woche erscheinen wird. So, meine Lieben. Ja, das, wieder mal. Das war's jetzt. So, dritten Mal, glaube ich, sag ich das jetzt, ne? Ja. So, das war's jetzt aber wirklich. So, fünften Mal oder so. So, meine Lieben. Denkt daran, passt auf euch auf. Achtet auf euch. Achtet auf eurem Mitmenschen. Wir sehen uns. Eure Tanja. Ciao. Tschüsskowski. Bye. Adios. Und tschön mit Ö. Ciao.